Hallo? Ja, jetzt kannst du das. Mikro an. Mikro ist an. Herzlich willkommen hier heute aus Gentin zum Rasendrecker werden. Lauf, oder wie auch immer. Also ich muss sagen, wir haben uns jetzt das 3 Training angeguckt. Die Leute sind ja einfach nur geistig hinter. Also das ist sowas von hammergeil. Freunde des Motorsports, ihr habt euch alle neu verliebt und das Hobby hier wird euch gefallen. Ihr werdet das alles neu suchen, alle Rasendrecker werdet ihr daheim umbauen, weil wenn ihr danach mit eurem Rasendrecker daheim meht, kommt die Grasmenge raus und dann gleich Heu. Es ist der Wahnsinn, guckt es euch an und wir sprechen uns danach wieder. Ohne gute Kicken. Und jetzt? So. Und jetzt? Toll. Oh, wann am ich? Ich bin einfach mal raus. Und jetzt? Wie sollte das jetzt? Du hörst mich? Du hörst mich. Ich bin einfach genau aus. Sollte bike. Das war's für heute. Ist das hier was, Richard? Ist ganz okay? Man kann sich unterhalten, gell? Nette Leute, haben einen Bierstand aufgebaut, kümmern sich, oder? Schlecht? Nichts da drauf rum schmieren, für deine Fresse reicht es. Und sonst so? Beruflich? Schön, die Leute wollen das immer wissen. Ist das hier ein Trecker? Kann man damit noch Rasen mähen? Ja, klar. Siehst du, mit dem Benzinfilter kannst du mähen. Ja, klar. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist eine Banane. Meinst du, das ist ja was, Florie? Naja, ich sag mal, es ist ja eh nicht, weil es umgekippt, also es ist ein bisschen Kino dabei. Man kann nicht mehr antun. Ja, vielleicht startet man es. Mal gucken. Und noch drei Minuten Fahrradbahn in der Armstrasse. Nur drei Minuten. Fünf Sekunden. Und. So ihr Lieben. Hier war gerade Beat, Richard. Ich sag nochmal dein hässliches T-Shirt filmen. Ist das hässlich? Das fliegt heute in eine Tonne. Das fliegt heute in eine Tonne. Vor der Braustracht wegzuschmeißen. Hier ist unsere Doppelkönigin von... Und sagst du, schmeckt die Cola hier? Die wird nachher die Nummern für euch halten, also 20 Sekunden, 5 Sekunden. Ja. Hat geschmeckt. Pommes? Die Pommes war noch in Ordnung. Für 2 Euro. Für 2 Euro eine Schachtel Pommes. Tiefkühl war gut. Eine Majestät. Die Pommes war wichtig. Also muss ich welche Kürzebe coaste durch aussachen. Und Damen. Halt. Kost binigin von wen. Tefer kurz, Meer Park. Ja. F Zafer kurz auf he Sid coma. Ihrざ nach. Es geht an. Wer RealReal. Gut. Ja, ich hätte ihn also nicht durch. Jetzt ist erst mal der Start, zweiter Lauf, Richard. Start, zweiter Lauf? Nein, zweiter, zweites Rennen, erster Lauf, große Klasse, bis immer im Rasenraktor Rennen. Die Sonne macht den. Sonne ist hart. Die Sonne ist hart. Die Sonne ist hart. Die Sonne ist hart.